Herzlich willkommen beim Adventskalender 2020 von GANETV, alles über Aquaristik. Mein Name ist Lukas Müller und ich habe zusammen mit JBL, vielen Dank dafür an JBL, ein großes Gewinnspiel Adventskalender wieder erschaffen für euch, um reichlich euch zu beschenken und mal so nebenbei, der Warenwert übersteigt 1500 Euro. Das bedeutet, da sind richtig tolle Geschenke dabei, jeden Tag gibt es richtig tolle Sachen zu gewinnen und ich bin auch schon ein bisschen neidisch an einige von euch da draußen, die das Ganze nach Hause geschickt bekommen. Bevor ich jetzt aber auch das erste Türchen hier auf meinem Kanal öffne, interessiert mich natürlich, was hattest du heute in deinem Kalender, was hast du für einen Kalender, schreib es gerne mal unten in die Kommentare. Was musst du denn jetzt überhaupt tun, um überhaupt gleich, wenn wir das Türchen aufgemacht haben, hier mitzumachen? Ganz wichtig, du musst Abonnent dieses Kanals sein. Wenn du das noch nicht bist, abonnieren. Dann diesem Video hier einen Daumen nach oben geben und jetzt ist deine Kreativität gefragt. Musst du in die Kommentare einen Satz, ein Wort mit dem Hashtag GarnierTV-Anwendungskalender2020, das Ganze kannst du dir auch kopieren, steht unten auch nochmal in der Videobeschreibung, in die Kommentare schreiben. Achtet bitte darauf, dass ihr maximal 10 Kommentare pro Video schreibt, denn letztes Jahr gab es das Problem, dass viele von euch gesperrt worden sind oder im Spam-Ordner gelandet sind und somit nicht berücksichtigt worden konnten. Wir müssen natürlich auch noch die Teilnahmebedingungen hier ein bisschen besprechen. Die findest du natürlich auch nochmal unten in der Videobeschreibung, kannst du dir auf jeden Fall auch nochmal nachlesen. Wichtig ist, dass du mindestens 14 Jahre alt bist, wenn du hier mitmachen möchtest. Ebenso ist die Teilnahme bis möglich, bis zum nächsten Tag 0 Uhr. Das bedeutet, wenn es heute ist, kannst du noch bis zum zweiten 0 Uhr mitmachen. Danach wird ein Zufallsgenerator dein Kommentar auslosen und ich schreibe denn unter deinem gewonnenen Kommentar als Antwortfunktion, dass du gewonnen hast und dass du mir bitte deine Adresse mitteilst. Das Ganze solltest du dann aufmerksam beobachten, denn du solltest auf jeden Fall die Benachrichtigung machen, damit du das nicht verpasst, dass du gewonnen hast. Meldet sich 48 Stunden später immer noch keiner zurück, werde ich jemanden Neuen auslosen. Das bedeutet, auf jeden Fall gehen alle Gewinne heraus. Ja, und nun schauen wir in Türchen Nummer 1. Und ich habe Türchen Nummer 1 hier. Ja, okay, es hört sich schon mal nach etwas Großem an. Und, oh, ja, das kann man auf jeden Fall immer mal gebrauchen. Und, oh, da hat aber jemand Glück von euch. Das geht alles genau an einen Gewinner raus. Damit kann man etwas feststellen. Und es ist, ja, viele haben es euch vielleicht schon gedacht, ein Wassertestkoffer, womit ihr pH-Wert, KH, NO2, NO3, CO2 und natürlich Eisen mitmessen könnt. Damit könnt ihr direkt loslegen, ist alles mit dabei, lohnt sich auf jeden Fall, empfehle ich jedem. Und, ja, was ihr dafür tun müsst, wisst ihr ganz genau. Abonnieren, Daumen nach oben geben, Hashtag gerne den TV-Adventskalender 2020 mit einem Satz, mit einem Wort, mit irgendwas Kreativem unten in die Kommentare schreiben. Ebenso ist, sehe ich hier, sind noch Gutscheine. Richtig tolle Gutscheine mit drin, der habe ich jetzt gar nicht richtig gezeigt. Bedeutet, bei jedem Gewinn gibt es auch noch mal Gutscheine oben drauf. Ich wünsche euch viel, viel Erfolg. Seid nicht enttäuscht, wenn du vielleicht nicht gewinnst. Es gibt immer wieder die Möglichkeit. Und natürlich habe ich auch für alle, die natürlich nichts gewinnen oder nichts gewonnen haben, noch einen Gutscheincode für meinen GarnetTV-Online-Shop. Das findest du auch alles unten in der Videobeschreibung. Ich wünsche euch eine schöne Weihnachtszeit, einen schönen 1. Dezember. Und wir sehen uns morgen schon wieder. Bis dann. Ciao.